Was kann man damit machen? Pflanzen? Vielleicht die... Die... Litterwurz? Nee. Die Bäume da. Genau. Du hast gesagt, es reicht, wenn ich den Tank gleich drauf stelle. Ja, das reicht aus. Verbindet sich alleine. Wie war das? Das Rote muss nach oben, da wo es anfängt, nur. Ja, das ist immer Standard am Anfang, wie das hinsetzt. Oh, mein Gott. Ich höre so einen Gast. Du bist in einem Steinhaus sicher. Echt jetzt? Nein, ich verarsch dich. Ich verarsch dich nur, Dirk. Scheiße, der verarscht mich. Ich muss ja raus aus dem Motor. Ich weiß nicht. Ich bin nicht. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du du-du. Du. Du-du-du. Du-du-du. verdorben ja bringen sie mal mit habe ich denn die den computer eingespeist das ist ja schön dirk ich habe das 11 ich muss mich immer dann mal raus graben wird wie hast du denn den computer eingespeist reingeworfen kannst du das in den computer wir müssen das geht auch im nähter ja im nähter geht alles hier was meinst du jetzt mit farbe ich weiß nicht was du jetzt willst deswegen den schwert weil er so farbig ist also wirklich wirklich sagt ihr ernst egal was dafür drogen nimmst hör auf damit egal was dafür drogen nimmst hör auf damit das kann ja das kann ja gut das kann ja gut tun wenn auf du musst dich jetzt vor dem schwer drücken eingang ausgang ist das ob es habe ich als eingang gemacht und links an der seite ist ausgang was macht dem wir sonst maschine die titel zum material herstellen das nennt sich hatte angereicherte legierung was angereicherte legierung ich bin schon wieder das braucht man für einen elektrischen rufen hast du schon schrumpf hier angeschlossen ja ist drunter angeschlossen weil um wie läuft die kind ja du hast doch um diese konfiguration da musst du scheinbar grün als strom irgendwie angeben das ist ja da kannst du ja output und input eingeben welche position du das hast dann mache ich hab's probiert ich habe mir die wesentlichen was ist oben oben ist ja das ist die sache gewassen schau mal für das unten oder was und jetzt kannst du die farben eingeben wurde angeschlossen was was soll denn im ersten slot rein hier auf deutsch in diesen lila nennen der lila kommt redstone das kannst du aber reinlegen das ist nicht so schlimm ich will dass erstmal strom draufkommt ich will dass damit man sehen ob das mit dem input aus ich bin oben gucken ich bin oben ich bin oben hast du das mit dem knall unten ist strom mit ding du hast mit reststunden signal gemacht du kannst so ausschalten oder reststunden signal oder was soll ruhig einfach dauerhaft erstmal angehen ich will mal sehen dass überhaupt strom durchkommt machen wir deaktiviert rettung signal was hast matthias weil der strom muss ja erwingsten mal durchlaufen oder volllaufen mir ist das gerade hier oben beleuchtet die 40 50 schuldigen ein aber umgebrochen 20 km oder umgebrochen wo soll der in der tanken der wasser in der tank ach so warte frage ja greifen dass man da oben hin mir sagt mir nicht um wie sagt er nur in putten aus und du kannst du das ist kluppe hier diese konfiguration das ist los was du einstimmst du lern fach ein station nach reich das schon ich kümmere mich dann ich muss dann die rohre erst mal machen output und da steht da und da hat er sich gefüllt offen der kohle herstellt holzkohle du kannst jede art offen du kannst sogar den billigen steinkohle ofen stein stein ofen ne meine fresse war das jetzt schwer den normalen steinofen du machst außen du musst ich das sollte ja dirk machen weil er ja damals auch schon die lava damit angebunden hatte schul braucht ihr als energiequellen ich brauch bloß ich weiß nicht was ist ein schul was machen wir was sind das gibt es unterschiedliche dampf mc ist mega mega mc ist mega store energie schul das ist das blau äh das grüne grün ist grün dann wie die farb glücklich mit schul aber ich Okay. mit was betreiben wir uns hier gerade mit 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 thermo energie ach so weil der gerade keine kohle mehr hat ja wir haben erst alles auf thermo energie ich versuche gerade aus mir und kompressor hier ist auch ein zerstörer megachool das war doch tool war doch eigentlich tool ist hier in minecraft die angabe für hoch also für motoren also die angabe hast du willst du mit nur mit motoren energie antreiben das bringt dann nicht wenn um wieder eine energie leistung jetzt meine ziele um völlig die weg tun die ziele weil ich die öffnung leer haben wollte ich vor brenn doch ich weiß ich habe sie hier ich habe sie bei mir ich habe sie nicht reingetan ich habe sie bei mir nicht plus 64 auch hier komm her durch hier untere kiste weil man jetzt dings machen gerade was ich machen wollte ach schlägt bei dir auch gerade das gehirn ein nein ich habe doch meistens das problem was wollte ich denn machen was wollte ich denn machen ich weiß es tut mir ich mag es genau in richten mit einem netterstein gehst nein netterstein war es nie ich bin du wolltest mit netterstein ganz viel holen hast du besprochen sag mal dirk warum hast du auch das netterstein genommen was ich was ich hier aus dem netterstein mitgebracht hatte warum machst du das habe ich denn hier umsonst abgebaut ich will da aber zwiebeln dort haben schöner aus ja wofür mit der netter haust du ja dann ist ja gut dann ist akzeptiert natürlich weil die eben dafür gedacht worden da hast du umgeheult was wollte ich denn machen ich bin hier lang gegangen da ist ein creeper da ist ein creeper wo bei mir bei dir hinten am brunnen ich bin hier lang gegangen ich bin hier wo hinten am brunnen ich bin hinten am brunnen du wütendvoll da kommt jetzt gerade da kommt jetzt gerade wo ist die Rettstundenfackel und Rettstundenmotoren hin da kommt gerade unser Kornfeld entlang in Richtung unser Schlafgemach das ist wirklich cool da bin ich nie ich bin raus gewesen ich wollte doch irgendwas brennen ich weiß auch nicht mal was das war hast du auch die Öfen frei gemacht ich weiß auch nicht was ja genau die Öfen ich wollte ich wollte Holz brennen sag mir mal habt ihr noch die Rettstundenmotoren Rettstundenfackel die waren doch noch ein Raufen da Rettstundenmotoren musst neue machen ich habe einen Rettstundenmotor Sven ich tun dir der würde mir reichen ja ich tun dir in die Kiste rein damit er nach unten ins Lager fährt kann mir einer sagen wie man diese Craftingtische baut welche den wir unter dem Ofen haben äh ja sag ich dir warte Holzahnrad vier Stück und die Werkbank alles klar und das alles kreuz aufstellen jo und das ist dieser Craftingtisch wo du auf der Innenseite rein und Zahnseite wieder rausziehen kannst ja danke also das was wir unter dem Ofen haben ja danke normale Werkbank und die Halzzahnräder vier Stück danke das hast du 1,2,3,4 vier Stück sagt er 2,3,4,4